Christina Stürmer ist eine der bekanntesten und beliebtesten Sängerinnen Österreichs und Deutschlands. Mit einer Reihe von Hits und einem energiegeladenen, lebendigen Auftrittsstil hat sie einen starken Eindruck in den Herzen des Publikums hinterlassen. Im Laufe der Jahre wurde ihr Name immer für ihre Erfolge in ihrer Musikkarriere erwähnt. Doch Christinas Privatleben blieb immer ein Rätsel. Sie ist sehr geheimnisvoll, wenn es um persönliche Beziehungen geht, insbesondere um Liebe und Ehe. Fans waren schon lange neugierig und stellten Fragen zum Privatleben von Christina Stürmer. Obwohl sie auf der Bühne immer brillant und lebendig ist, scheint Christina abseits des Rampenlichts eine gewisse Distanz zu den Medien zu wahren. Es gibt keine Interviews über die Liebe, keine romantischen Fotos, die in sozialen Netzwerken geteilt werden. Alles, was mit ihrer Liebe zu tun hat, wird diskret geheim gehalten. Mit der Zeit fragen sich Fans unweigerlich, ob Christina Stürmer jemanden in ihrem Leben hat, der etwas Besonderes ist, oder ob sie beschlossen hat, ihre ganze Zeit und Hingabe ihrer Musikkarriere zu widmen. Allerdings sind diese Vermutungen nicht unbegründet, denn manchmal sieht man Bilder von Christina mit einem mysteriösen Mann, die beiden haben jedoch nie offiziell über ihre Beziehung gesprochen. Jetzt, da Christina 42 Jahre alt ist, hat sie endlich zugegeben, was alle schon immer erwartet und vermutet haben. Sie hat einen Freund. Das freut nicht nur die Fans, sondern weckt auch Hoffnung auf ein neues Kapitel im Privatleben dieser talentierten Sängerin. Christinas Beziehung zu ihrem Freund ist nicht nur eine emotionale Beziehung, sondern ihrer Meinung nach eine sehr glückliche Beziehung voller Verständnis. Für viele Menschen gilt die öffentliche Liebeserklärung von Christina Stürmer als großer Wendepunkt in ihrem Leben. Nachdem sie ihr Liebesleben viele Jahre lang geheim gehalten hatte, hat sie nun beschlossen, ihr Glück mit der Öffentlichkeit zu teilen. Dies beweist nicht nur, dass sie in einer glücklichen Beziehung lebt, sondern zeigt auch Christinas Selbstvertrauen und die Bereitschaft, den Fans etwas über ihr Privatleben zu erzählen. Aktuellen Informationen zufolge denken Christina und ihr Freund derzeit darüber nach, zu heiraten und Kinder zu bekommen. Das sind wirklich gute Nachrichten für alle, die sie lieben. Das Bild von Christina Stürmer mit einer erfolgreichen Karriere, aber gleichzeitig einem erfüllten Familienleben, wird sicherlich viele Menschen bewundern. Sie hat viele Schwierigkeiten in ihrer Karriere und ihrem Leben überwunden, um ihr derzeitiges Glück zu erreichen, und jetzt verdient sie große Freuden im Familienleben. Die beiden haben in ihrer Beziehung viele Phasen gemeinsam durchgemacht und mit ihren Heiratsplänen bewiesen, dass ihre Liebe nicht nur aus flüchtigen Gefühlen besteht, sondern aus einer ernsthaften und nachhaltigen Beziehung besteht. Auch die Tatsache, dass Christina und ihr Freund Kinder haben wollen, zeigt, dass sie auf wichtige Schritte in ihrem Leben vorbereitet sind. Für Christina Stürmer war die Entscheidung, zu heiraten und Kinder zu bekommen, nicht nur eine persönliche Entscheidung, sondern auch ein denkwürdiges Ereignis in ihrem Leben. Da ihre Musikkarriere auf dem Höhepunkt ist, kann sie nun sicher sein, mit dem Mann, den sie liebt, ein glückliches Zuhause aufzubauen. Dies wird ihr sicherlich viele neue Inspirationsquellen in der Musik bringen, da ein erfülltes Privatleben eine starke Motivation für sie sein kann, weiterhin Kunst zu schaffen und dazu beizutragen. Fans werden sich sicherlich freuen, wenn sie wissen, dass ihr Idol glücklich lebt und kurz vor dem Eintritt in einen neuen Lebensabschnitt steht. Die Liebesgeschichte von Christina Stürmer ist nicht nur ein Zeugnis wahrer Liebe, sondern für viele Menschen auch eine Inspiration, an Glück und Erfüllung im Leben zu glauben. Das Wichtigste ist, dass Christina ihren Lebenspartner gefunden hat, mit dem sie all ihre Freuden und Sorgen teilen und gemeinsam eine schöne Zukunft aufbauen kann. Mit ihrer Entscheidung wird Christina Stürmer die Menschen sicherlich weiterhin nicht nur mit ihrer kraftvollen Stimme, sondern auch mit ihrer süßen Liebesgeschichte in ihren Bann ziehen. Ihr Weg zum Glück zeigt, dass sie, obwohl sie eine berühmte Künstlerin ist, am Ende dasselbe will wie alle anderen. Ein Familienleben voller Liebe und Freude. Wir werden in den kommenden Jahren sicherlich noch viele glückliche Momente von Christina Stürmer und ihrem Partner erleben. Die beiden werden gemeinsam ein Zuhause schaffen und wunderbare Kinder bekommen, was viel Freude und Lachen in ihr Leben bringen wird. Christinas Leben wird sich nicht nur um Musik drehen, sondern auch um einfache, herzliche Momente mit ihrer Familie. Wir können davon ausgehen, dass Christina Stürmer mit der gegenwärtigen Liebe und dem Glück weiterhin der Öffentlichkeit noch mehr wunderbare Musikprodukte bringen wird. Ein erfülltes Familienleben wird für sie sicherlich eine große Motivation sein, sich beruflich weiterzuentwickeln. Abschließend wünsche ich Christina Stürmer, dass sie immer glücklich ist und eine liebevolle und herzliche Familie hat. Ich wünsche ihnen, dass die Liebe zwischen ihnen und ihrem Partner immer stark bleibt und dass sie gemeinsam den Weg des Glücks weitergehen und ein Zuhause voller Freude und schöner Erinnerungen aufbauen. Sie wünschen sich, dass ihre Pläne für Heirat und Kinder bald in Erfüllung gehen und dass ihr Leben für immer voller guter Dinge sein wird. Christina Stürmer stand viele Jahre im Rampenlicht ihrer Musikkarriere und konnte dort große Erfolge erzielen. Doch mit einem neuen Wendepunkt in ihrem Leben sind Liebe und Familie zu ihren obersten Prioritäten geworden. Die öffentliche Bekanntgabe ihres Freundes und ihrer Heiratspläne hat bewiesen, dass sie für ein neues Kapitel im Leben bereit ist. Christinas Wahl war nicht einfach. Viele Künstler stehen unter dem Druck der Öffentlichkeit, insbesondere wenn sie sich dazu entschließen, persönliche Aspekte ihrer selbst zu teilen. Christina hat jedoch bewiesen, dass sie nicht nur eine talentierte Künstlerin, sondern auch eine starke, entschlossene Frau ist, die ihr persönliches Glück schützt. Sie ist sich darüber im Klaren, dass Liebe und Familie eine solide Grundlage sind, um sich beruflich und privat weiterzuentwickeln. Fans haben Christina im Laufe der Jahre nicht nur für ihr Talent, sondern auch für ihre Persönlichkeit und die Art, wie sie dem Leben begegnet, bewundert. Viele Menschen waren berührt, als sie erfuhren, dass Christina, die sich schon immer viele Jahre der Musik gewidmet hat, nun in ihrem Privatleben wahre Liebe und Glück gefunden hat. Das zeigt, dass jeder Mensch, egal in welcher Position er sich befindet, die Wärme, den Austausch und die Kameradschaft eines besonderen Menschen braucht. Auch die Beziehung zwischen Christina Stürmer und ihrem Freund ist eine schöne Geschichte über Seelenharmonie. Die beiden teilen nicht nur schöne Momente, sondern unterstützen sich auch immer gegenseitig im Leben und in der Karriere. Gemeinsam haben sie viele Herausforderungen gemeistert und nun ist ihre Liebe stark genug, um in eine neue Phase einzutreten. Heirat und Familiengründung. Auch die Tatsache, dass Christina und ihr Freund darüber nachdenken, Kinder zu bekommen, ist ein denkwürdiger Meilenstein. Für viele Menschen ist die Mutterschaft nicht nur ein Segen, sondern auch eine lebensverändernde Erfahrung. Christina wird mit ihrer sanften und verantwortungsbewussten Art auf jeden Fall eine wundervolle Mutter sein, die ihren Kindern immer das Beste gibt. Fans können sich Christina Stürmer nicht nur als talentierte Sängerin, sondern auch als liebevolle und fürsorgliche Mutter vorstellen. Christinas Leben endet nicht nur mit ihrer Musikkarriere, sondern wird nun auch mehr Freude an ihrer Familie haben. Ehefrau und Mutter zu werden, wird ihr viele neue Erfahrungen bringen und das wird sich wahrscheinlich in Zukunft in ihrer Musik widerspiegeln. Diese Lieder über Liebe, Familie und Glück werden sicherlich weiterhin die Herzen von Millionen Fans auf der ganzen Welt inspirieren und berühren. Darüber hinaus wird es eine große Herausforderung sein, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen, aber mit ihrer Entschlossenheit und Liebe wird Christina definitiv alle Schwierigkeiten überwinden, um beides zu haben. Sie hat bewiesen, dass sie, obwohl sie eine berühmte Künstlerin ist, immer noch eine gewöhnliche Frau mit einfachen Wünschen nach Liebe und Familienglück ist. Mit Blick auf die Zukunft können wir davon ausgehen, dass Christina Stürmer weiterhin glänzen wird, nicht nur auf der Bühne, sondern auch als Ehefrau und Mutter. Ihr Leben wird reicher und sie wird sicherlich erfüllter sein, sowohl in ihrer Kunst als auch in ihrem Privatleben. Heirats- und Kinderpläne werden eine neue Seite in Christinas Leben aufschlagen und wir können ihr nur zu den guten Dingen gratulieren, die sie erwarten. Mit der Liebe und Unterstützung ihres Freundes wird Christina optimistisch und glücklich in ihre neue Reise starten. Denkwürdige Momente in der Ehe, die Geburt von Kindern und familiäre Bindungen werden ihr grenzenlose Inspiration bringen und dadurch noch wundervollere Musikprodukte schaffen. Wir können neue Lieder von Christina erwarten, in denen sie ihre tief empfundenen Gefühle für Familie und Liebe zum Ausdruck bringt. Das Leben ist eine Reihe von Veränderungen und Christina Stürmer ist bereit, sich diesen Veränderungen mit ganzem Herzen zu stellen. Lasst uns warten und sie bei ihren nächsten Schritten anfeuern und hoffen, dass ihr Leben immer voller Lachen, Liebe und Frieden sein wird. Ich wünsche Christina und ihrer zukünftigen Familie immer viel Glück und große Freude. Nun tritt Christina Stürmer in eine neue Phase ein. Eine Reise, die nicht nur die Musik, sondern auch die Familie umfasst. Ich bin ein Gründer und Mitarbeiter an der kleinen Dorfschule Lars-Hanner-Winkel, der demokratische Schule oben in Vorpommern. Ebenfalls in der Moderation ist heute Lena Häusler von der Schulakademie. Sie wird den Chat und eure Fragen im Blick behalten und diese Impulse mit ins Webinar bringen. Hallo Lena. Hallo Endjörn. Wie kann die Führung einer Schule im virtuellen Kontext gelingen? Das ist eine Frage, die besonders jetzt gegen Ende der Themenwoche mir ziemlich passend erscheint. Wir haben in dieser Themenwoche viel darüber gehört, wie Kulturwandel praktisch aussehen kann und wir haben viel darüber gehört, warum es diesen Kulturwandel überhaupt braucht. Aber weitaus schwieriger scheint die Frage zu sein, wie genau dieser Kulturwandel tatsächlich in die Schule kommt. Wer genau übernimmt denn Verantwortung für Veränderung? Um jetzt eine Definition von Führung gleich mal in den Raum zu stellen? Und wie funktioniert das? Wie kann das gehen? Und genau mit dieser Frage beschäftigen wir uns in der nächsten Stunde. Der Plan für diese nächste Stunde sieht folgendermaßen aus. Nach einem Check-in sprechen wir erst mit Anna Fröhlich und dann mit Michael Schubert, gehen dann in eine Reflexion in Kleingruppen, um zum Schluss noch viel Zeit zu haben für Fragen an unsere beiden Referierenden und enden dann um 17.15 Uhr. An dieser Stelle möchte ich die beiden Impulsgebenden auch einmal vorstellen und herzlich begrüßen. Zum einen ist bei uns Anna Fröhlich. Sie ist Grundschulleiterin und Schulleiterin an der Grundschule Westersburg in Solingen. Herzlich willkommen, Anna. Herzlich willkommen von mir auch hier in die Runde. Und außerdem ist heute bei uns Maike Schubert, Schulleiterin der Stadtteilschule und Reformschule Winterhude und im Programmteam der Deutschen Schulakademie für das Thema Lernen in der digitalen Welt zuständig. Herzlich willkommen, Maike. Danke. Hallo zusammen. Schön, dass ihr da seid. Bevor wir loslegen, noch zwei technische Punkte. Zum einen, das Webinar wird aufgezeichnet und online gestellt. In der Aufzeichnung zu sehen sind allerdings nur diejenigen, die hier vorne im Spotlight sind. Also ihr als Teilnehmenden, die hauptsächlich heute zuschaut und zuhört, werdet nicht mit aufgezeichnet, auch nicht in den Gruppenphasen hinten raus. Zum anderen nutzen wir für die Kommunikation mit euch den Chat von Zoom. Und ihr fändet das Chat-Symbol unten in eurer Listleiste und probiert es doch jetzt mal aus. Denn im Verlauf des Webinars werden wir einige kleinere Umfragen durchführen. Und da werden die Links dazu werden im Chat auftauchen. Und auch, wenn ihr Fragen an die Moderation habt oder Kommentare, postet die gerne im Chat. Für die Fragen an die Referierenden nutzen wir heute ein extra Tool, das ich gleich vorstellen werde. Für die Frage an die Moderation habt.